Schaust du dir gerne Bagger an oder einen Betonmischer? Willst du wissen, wie eine Straße umgebaut wird? Dann schau jetzt zu. Da wird ein Haus gebaut. Erst gräbt der Bagger ein Loch, dann kommt der Beton für das Fundament, dann baut der Maurer eine schöne Mauer. Und am Schluss wird noch das Dach gezimmert und gedeckt. Dieses Haus wird ganz aus Holz gebaut. Hier an der Autobahn zeige ich dir, wie eine Straße gebaut wird. Erst kommt der Gräder, dann verteilt der Asphaltfertiger den Asphalt und zum Schluss macht die Walze alles ganz fest. Diese Männer reparieren ein kaputtes Rohr unter der Straße. Da passieren ganz viele tolle Sachen. Auf der Großbaustelle zeige ich dir den Turmdrehkran, eine Betonpumpe und den Autokran. Diese und noch mehr Geschichten kannst du dir bei Auf der Baustelle aus der Reihe Nochmal in Ruhe anschauen. Ich begleite dich und erkläre dir alles ganz genau. Du findest die 15 Baustellengeschichten und alle nochmals unter anderem bei Amazon, iTunes und im Google Play Store.